Hallo meine Lieben, wir sind jetzt schon auf unserer letzten Station unserer Deutschland-Tour angekommen und zwar in Stuttgart. Wie viele von euch wissen, hatten wir eine kleine Tour, eine kleine Autogrammkartentour, wo wir unseren neuen Schülerkalender, unser Stickerbuch, was wir rausgebracht haben, unterschrieben haben für euch und wo wir Fotos zusammen machen konnten. Und das ist jetzt unsere letzte Station hier in Deutschland, Stuttgart und es war mega, mega schön und weil sich das auch viele gewünscht haben, haben wir jetzt ein kleines Fest auf der Tour gemacht und wir wünschen euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Oh man, so schön. Schaut mal, wie viele gekommen sind. Hallo! 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 Oh, wie lang wird die Schrage, seid ihr alle gebraucht? Hallo! 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 Geht es euch allen gut? Hallo! 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 Ihr seid die Ersten? Ja! Wir sind bereit und ich hoffe, die Fans auch. Aber für die Vorzeiten ist alles Gute für die Vorzeiten. Ja klar! Wir haben alles Gute im Vorhinein. Wie heißt die erste Morgen? Bitte? Ach. Ja, aber cool. Das heißt, du kommst dann in die dritte Klasse? Zweite Klasse. Zweite Klasse nach deinem Sommerfliegen. Cool. Freust du dich schon? Ja. Bitte schön. Das ist ganz schön. Oh, ist das für uns? Vielen Dank. Oh! Oh, süß! Wow! Wow! Hi! 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 Ihr seid ja cool! Ja! Wir haben Überraschungen für die heute zu planen. Eine Überraschung? Ja. Wir sind seit drei Stunden unterwegs. Drei Stunden? Ja. Sie wussten nicht, dass wir hierher kommen. Wir haben gesagt, wir müssen nicht kommen zum Einkaufen. Da hat sie sich richtig gefreut. Und jetzt überraschend sind wir hierher gefahren für euch. Von wo seid ihr denn bitte? Richtung Gießen. Kursbach bei Frankfurt. Wahnsinn! Wahnsinn! Und was hast du die drei Stunden lang gemacht? Eins angeguckt, Jan. Angeguckt? Alles? Drei Stunden lang? Wahnsinn! Wahnsinn! Hi! Ihr seid ja schon ganz aufgesprungen. Voll süß! Wollt ihr mir dann... Willst du mir dann laufen? M&M? 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 Aber zwei Tage zuvor in Freiburg war nicht weniger los. Schaut mal, so viele Leute! M&M? 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 Viele freuen sich uns zu sehen und andere weinen. Wir sind hier, ok? Super, also wie heißt du? Sophie, mit PH? Ja. Mit IE? Ja. Sehr schön. Und du? Frederica? Dürft ihr die Schenke annehmen? Ja natürlich. Aber ihr müsst uns keine Geschenke annehmen. Das Schießen ist für dich, aber nur das Klingel ist in so Armbänder. Oh, vielen Dank. Du weißt es selber nicht ganz gut, es ist alles gut. Es gibt noch mehr Tränen. Ich hoffe vor Glück. Soll ich dir mal was abnehmen? Oh, ist es für uns. Dankeschön. Darf ich reinschauen? Ich hab den. Oh, das ist so schön. Dankeschön. Ist es ok, wenn wir das so weiter nach hinten geben, dass wir nichts verlegen? Voll nie. Und dein schöner Kalender darf ich dir auch wegnehmen? Dankeschön. Also, wie heißt du? Alles gut? Bisschen Trost können Armin und ich hier spenden. Alles gut? Ah. Aber willst du auch mal an Armin? Aber es war voll schön, dass du gleich da warst. Aber es war voll schön, dass du gleich da warst. Es ist alles gut. Aber habt noch einen wunderschönen Tag. Ja, danke schön. Und eine schöne Zeit hier. Und du? So viel mit dir? Machst du das? Machst du das? Machst du das? Und darf ich einmal deinen Kalender machen? Ja. Machst du das hier? Ja. So? Ja. So? Bitte schön. Ja. Ja. Am Tag zuvor in Mannheim war quasi das ganze Geschäft mit einer Warteschlange zugestellt. Und es gibt so viele Geschenke. Für uns? Dankeschön. Hallo. Hallo. Ihr schaut ja cool aus. Wie heißt die zwei Süßen? Ja. Melody. Melody? Das ist aber ein schöner Name. Valentina. Ah, Valentina. Bitteschön. Schreibt man das so? Ja. Perfekt. Und du hast sehr schöne Nägelchen. Oh mein Gott, das ist schön. Oh, was hast du hier immer gemacht? Das ist ja voll cool. Mit deinen Armen und den Ohrringen. Und wieder jemand, der sehr aufgeregt ist, uns zu sehen. Michelle. Und Ohrringe. Also hatte ich doch recht. Wow, das ist schön. Das hätte ich im Saum auf jeden Fall jetzt noch tragen. Kriegst du noch Luft? Ich atme hier kurz einmal ein. Und aus. Einmal ein. Und aus. Also, willst du mir mal Todes deinen Namen verraten? Sie ist von Anna Fanpage, liebe Michelle. Magst du mal Hallo sagen? Hallo. Das ist so zuckersief. So süß. So, und das ist noch dein Stickerbuch. Bitteschön. Danke. Wir unterschreiben alles. Das haben wir von der lieben Clara bekommen. Das ist urschön. Dankeschön. Bitte sehr. Ich trag das. Ich sag's euch. Der passt nämlich richtig gut zu meinem Leben. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, wie heißt du zur Süßen? Echt. Wie geht's? Sehr schön. Ja. 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 Das reicht. Bitteschön. Ja klar. Natürlich geht das. Oh stimmt. Jetzt gehen wir immer ein bisschen der Seite. Bitteschön. Ja. Wir freuen uns mit Schwäle. Wir freuen uns mit Schwäle. Wir freuen uns mit Siegelnunzeig. Hey. Danke. Es ist okay, wenn wir nicht dabei sind. Ja. Ja. Schreiben Sie mich dazu mal so spannen? Ja. Deine Karte. Ich bin noch spannen. Ja. Die Arme fängt an, weil sie ist ganz oben. Ah, da. Ja. Hier oder? Oder wo soll ich? Ja, unter dir immer haben sie immer. Also hier. Bitteschön. Guck, hast du es hier noch nicht gemacht? Ja. So süß. Danke schön. Das hier auch. Danke schön. Super. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wie lange seid ihr gestanden? Drei Stunden. Drei Stunden. Ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger. Okay, okay. Und wir haben am selben Tag gewohnt. Echt? Am 27. August? Ja. Was? Das war echt krass. Was? Wir sind auch 15 dieses Jahr. Ja. Wie nice. Ja. Was ich jetzt gesehen habe. Oh, ich habe mich irgendwie so gefreut. Wir brauchen nicht mehr. Das war Smooth. Wo ist er mit unterschreiben? Einfach irgendwo du hast in den Lieblingsplatz. Einfach uns den T-Shirt. Ja. Hast du damit schon fleißig gearbeitet? Ist das deine Unterlage? Ja. Ja. Hast du schon schummeln müssen? Ja. Im Online-Dricht? Hat es dir geholfen? Ja. Ja. Das ist doch schön zu hören. Oh, süß. Das hast du selber gemacht? Ja. Das sind ja voll süß. Boah, die sind ja richtig cool. Mega. Und ihr habt das selber gemacht? Ich bin. Und dann war da das Mädchen, das uns Gebärdensprache beigebracht hat. So cool. A. So. A. B. Ja. B. Ich bin. I. 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 Und was heißt Hallo meine Lieben? Hallo meine Lieben. So einmal streicheln. Fert cool. Wachst du auch was Lernabend? A. A. Ich bin. A. Was ist das zu gemacht? Du das mit meinem Namen? Ja. A. E. N. Ja. 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 Das ist dann A, R, W, E, N. Cool. Also warte. Ich bin, hallo, meine, ich bin, I, L, I, A. Cool. Also ich hab mir die Familie. Und du bist die? Suri. S-U-R. Du bist die mit der coolsten Jacke heute, gell? Diese Jeansjacke ist echt cool. Auch eine Stunde später ist die Schlange nur kaum kürzer. Musik Ist dein Lieblingsfahrbüro da? Ja. Ich meine auch. Musik Mit vielen von euch können wir auch Fotos machen. Musik Mein S auch. Also dann war es eh richtig. Musik 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 Danke schön! Hui, da ist aber jemand schüchtern. Jetzt hat sie so lange gewartet. Ja, ich muss doch halt aufpassen. Ich bin aufgeregt. Hi! Wie heißt sie denn? Oh Gott, nicht falsch. Oh, danke schön! Oh, schön! Danke fürs Lachen! Ich wollte... Oh, wow! Schön, vielen lieben Dank! Ist beides für uns beide oder ist das auch beide? Oh, danke schön! Hallo, ich bin Arissa. Hallo, ich bin Sophia. Und wir sind im nächsten Video dabei. Und dann hatten wir noch etwas Zeit, unser absolutes Lieblingsspiel zu spielen. Hide and Seek! Ich bin Schmidt. Halt und Film Lucch! Denn wir sehen uns nach wie bei diesem Ich bin Christoph und Filmplatz. Oh, wie ist das? Ich bin Christoph und Filmkopf. Ich bin Christoph! Ja, ich bin Christoph und Film. So Leute, das war ein mega erfolgreicher Tag. Die Tour war mega cool und danke, danke, danke an alle, die gekommen sind. Es war so toll, euch einfach auch mal in Real Life zu sehen. Und für alle, die nicht kommen konnten, nicht traurig sein. Wir werden ganz, ganz, ganz bald wieder nach Deutschland kommen. Seid gespannt, vielleicht auch in ein paar andere Städtchen. Also nicht traurig sein. Wir genießen jetzt auch unsere Erdbeeren und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Ganz viele Bussis gehen raus an euch und hoffentlich sehen wir uns alle mal ganz bald. Habe euch lieb. Tschau. Tschüss.